Ich habe noch mal was gefunden auf Retro-Computing, Stacked Exchange, MPS Copy, kann ich direkt ausführen. Es scheint so zu sein, dass der Installer über BIOS-Calls versucht, die Diskette zu erkennen. Und das schlägt auf vielen Rechnern fehl. Die haben sich da von Microprose etwas selbst übertroffen. Im negativen Sinne. Mal gucken, ob das klappt. Da gehe ich mal in die Eingabeaufforderung. Die Themenanfrage, wieso? So, erst mal mache ich hier Colonization-Ordner. Fertig, Colonization, ja. Also, muss reinstecken. Gut, und jetzt soll ich eingeben, also, man sieht hier MPS Copy. Das kann man direkt ausführen, ohne den Installer. MPS Copy, C, A, ich weiß nicht, was C ist, A, auf C, Wechsel, Colonization, okay. So, ich weiß nicht, wie es geht. Da, Copying. Microprose Software-Contacker. Ach, ihr seht gar nichts. Schaut euch das an. Ja, geil. Das könnte klappen, ne? Das könnte klappen. 11% total. Der kopiert auf Platte. Und hier ist ein 8%, und hier ist ein 8%, und da ist ein 8%-1%. So, wie viel geht es? Also, ich weiß nicht, was du kann. Das ist ein 8%-1%, Und hier ist ein 8%-1%-1%. Cool, please insert Disc 2 zu Befehl. Also ich könnte die Originale nehmen, ich nehme aber die Backup-Diskettel. Press Enter. Ich nehme die Backup-Diskettel. 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 Diskette 3 einlegen. Ich nehme die Backup-Diskettel. 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 Was soll man dann machen? Jetzt soll man in den Ordner gehen. Und da steht Koloniza, weil nur acht Zeichen erlaubt sind. Alles klar, da sind die ganzen Notalen, geil. Und Install soll ich noch mal aufrufen. Das ist wohl wichtig. Okay, geht nicht. Gleiches Problem, oder was? Jetzt hängt der da schon wieder. Ist das, weil ich keine Soundkarte eingebaut habe, oder was? Wie startet man denn das Spiel? Also, Colonize eingeben. Hätte ich das abbrechen? Nee. Kann ich nicht abbrechen. Alter, ist das alles kompliziert. Dann... Mach ich mal ohne. Muss neu starten. Scheiße. Nee, ne? Kaputt, oder was? Das habe ich doch repariert. Nee. Kein Scheiß. Nee. Ich habe eigentlich alles da drin repariert. Der kann gar nicht kaputt sein. Oh, nee. Oh. Oh, ist das der Schalter? Kacke. Aus. Ja, da muss ich wieder an die Reparatur ran. Schade. Dann verabschiede ich mich für heute. Tschüss.